Herzlich willkommen, liebe Seele, hier auf meinem Podcast, die Christina Maria hier und ja, mein Podcast mit dem Namen Die neue Welt ist in uns und die neue Erde, sie kommt durch uns hier auf die Welt und es geht ja tatsächlich um das Erwachen und es dreht sich ja in all meiner ganzen, in all meinen Wirken darum, Menschen zu begleiten in diesem, in dieses Erwachen, denn mein Weg, weil ich ja zu diesen, ich sage es immer gerne, zu diesen älteren Häseln oder Löwen gehöre, die schon vor 30 Jahren, vor über 30 Jahren konsequent begonnen haben mit der Selbsterforschungsreise, mit der Bewusstwerdung und mit dem inneren Erwachensweg Das ging auch mit einer Gotteserfahrung einher, ich habe da schon öfters mal drüber gesprochen, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Jeder von euch, der schon lange auf dem spirituellen Weg ist, kennt das, was es bedeutet, je tiefer, also anders ausgedrückt, je mehr Licht ich hereinlasse in mein System durch meine kontinuierliche und konsequente Hinwendung an das Göttliche in mir und in allem, an das höchste Licht und an die Wahrheit und für sich auch gewählt hat und entschieden hat, diese Wahrheit, also unsere wahre Seinsnatur freizulegen, weil wir sind es ja schon, wir sind ja schon das Göttliche, das ist ja unser Lichtkern, unser non-dualer, unsterblicher, immer friedlicher, unendlich liebender, unantastbarer und von aller Dualität unversehrter Lichtkern. Da sind wir klar und rein, da sind wir, wie ein Kurs in Wundern sagte, du bist nach wie vor wie Gott dich schuf, unveränderlich. Genau, und dann kennen wir, je mehr wir uns verbinden mit dem Göttlichen und uns immer mehr vorpirschen und es immer mehr zu unserer Erfahrung wird, je mehr Licht reinströmt, umso mehr Dunkel kommt auf. Das heißt also, umso mehr wir höher schwingen, umso tiefer schwingt das Pendel auch aus und holt alles nach oben aus den Katakomben unseres Unbewussten, was noch irgendwie hemmt oder noch ungesehen, noch ungeliebt, noch ungefühlt ist und einfach jetzt nach Erlösung ruft. Und was jetzt folgt gleich, möchte dich mitnehmen auf eine kleine Reise, die auf meinem Pfad, also wo ich etwas über meinen Pfad erzähle. Und es ist einfach erstaunlich und vielleicht kannst du das auch selber fühlen, solltest du, heute, ich meine, heute geht alles schneller. Heute ist das Energiefeld, das energetische Feld ganz anders genährt und getränkt von Hochschwingenden, also von Wirklichkeitsenergien. Das ist ein kosmischer Prozess, aber das ist auch, weil sehr viele Menschen erwachen, sehr, sehr viel Bewusstheit hier sich ausdehnt auf der Erde und die Dualitätsenergien werden noch immer schwächer. Aber es findet hier tatsächlich wie so ein energetischer Kampf statt. Und deshalb ist es so wichtig und weise ich auch immer wieder sehr darauf hin, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, dass wir, je mehr Schichten, also je bewusster du wirst, umso mehr Schichten legst du frei oder Schicht für Schicht für Schicht durchdringst du die an Konditionierungen, also von allem, was dir von außen übergestülpt wird, über deine lichten Kernen, alles, was du nicht bist, um das wieder zu durchdringen, zu durchlichten und damit durch deine liebende Bewusstheit sich erlösen zu lassen. Der wichtige Schlüssel ist, der wesentliche Schlüssel, dass wir, wenn wir konfrontiert sind und die meisten von uns, egal wie, meistens ist es so, dass es durch äußere Situationen in uns getriggert oder konfrontiert wird, etwas, was in uns aufsteigt, was jetzt angeschaut werden möchte, was gefühlt, gesehen und einfach aus der lebenden, ganz neutralen, gänzlich bewertungsfreien Wahrnehmung und Beobachtung einfach angeschaut werden will. Es will einfach betrachtet werden, ohne dass das, zum Beispiel die Emotionen, die Angst, die Verzweiflung, die Unruhe, der Missmut, also ganz, was auch immer bei dir hochkommt oder hochkommen mag, dass es angeschaut wird und da sein gelassen wird, ohne dass wir das weghaben wollen. Ohne dieses Innere, diese Absicht, wenn ich das jetzt lange genug durchliebe, dann löst es sich ja auf. Also da ist so was Subtiles von, ich will es ja weghaben wollen. So funktioniert es auch, aber es dauert viel länger. Also es ist wirklich ein Schlüssel, dass wir in tiefster Hingewandtheit, sage ich mal, uns den Themen widmen, die gerade dran sind, die gerade anstehen, ob das jetzt in meinem Umfeld ist, in Beziehung mit meinem Partner oder mit dem Beruf oder was auch immer da ist. Aber meistens steigen ja irgendwelche unerlösten Emotionen dabei hoch. Genau, und jetzt mag ich gar nicht mehr lange reden. Ich möchte dich jetzt mitnehmen. Und zwar beginne ich, einfach ein bisschen rauszulesen aus dem, was sich heute durch mich geschrieben hat, aus meiner ganz ureidenen, unmittelbaren Erfahrung heraus. Und wenn du magst, dann lauschst du mir noch ein bisschen. Und ich heiße dich willkommen. Mein Pfad in eine größere Sichtbarkeit, mich in meiner pursten, reinsten Frequenz zu zeigen, lockte aus meinem System eine lange Zeit ungesehenen, unfassbar scheuen und zurückgezogenen Anteil ans Licht. Und bevor ich von mir hier berichte noch zu diesem, möchte ich ans Herz legen, solltest auch du, vielleicht eher eine sanft, eine ruhige, sicherlich eine sehr, sehr alte, weise Seele sein, sei geduldig mit dir. Gerade wenn es um die Thematik in eine weitere Sichtbarkeit geht, um Ausdehnung, weil das ist ja das Wesen, je mehr Liebe wir entfalten, je mehr wir uns in unserer wahren Natur entdecken und uns erfahren darin und das verkörpern, umso mehr drängt es natürlich auch nach draußen. Und auch gerade in Verbindung mit dem Beruf, entweder du weißt, es will der Beruf gewechselt werden oder solltest du schon in der Berufung sein. Es drängt irgendwie nach Ausdehnung. Und da kann es sein, dass du genau auf diese Themen stößt, wie ich hier, wo wirklich jetzt alle, alle, all deine Sanftheit, all deine Zärtlichkeit, all deine Fürsorglichkeit dran ist. Und es braucht die, um tiefsitzende, ich sage es mal, wie so ein Energiedichte, wie so ein Energieknoten, damit dieser jetzt tatsächlich diese Liebe und diese Achtsamkeit bekommt, damit es sich auflösen kann. Was immer es bei dir sein mag und vielleicht ist ja bei dir auch gar nichts, aber sollte es sein, schenk ihm deine ganze Liebe, folge deiner Führung und vor allem deinen Tempo und lass dich nicht beirren von wie es andere machen oder wenn gerade im Coaching-Bereich einfach viele da voranrennen und mit ihren Erfolgen und da natürlich auch rausgehen. Es ist ja auch alles, da ist nichts dran falsch. Es ist ja auch wunderbar. Es inspiriert ja auch. Aber es ist wichtig, dass wir uns da nicht beirren lassen. Und wisst ihr, jede Seele hat ihre eigene innere Uhr. Und es geht doch darum, sich der inneren Führung jetzt, was wir ohnehin schon tun. Also wenn du jetzt hier bist, dann folgst du deinem Herzen schon lange. Aber gerade, es ist ja so, diese Herausforderung oft und die Konfrontation, es wird subtiler, es wird immer feinenergetischer, immer noch ein bisschen feingespannter und subtiler. Und deshalb ist es unumgänglich, dass wir uns in aller Hingabe und Konsequenz sozusagen im freien Fall 100 Prozent unserer Seelenführung anvertrauen. Wissend, dass alles, was es braucht in uns ist, dass wir selber der größte Heiler, wir sind selbst unser größter Heiler, es braucht da keinen, wir können das auch mit anderen in Verbindung tun, es ist auch wunderbar, aber es braucht es nicht unbedingt. Denn jede Antwort ist in uns, jede Lösung. Und wir selber, wir kennen uns doch am besten. Und wir sind unser größter Heiler, wir sind unser, der Meister, unser wahrer Guru, wir sind der Therapeut. und uns diesem Inneren, aber das ist nicht der Verstand, sondern die Herzensweisheit, die Seelenweisheit und das in Verbindung mit dem Urwissen der Seele. Genau, und so liebe dich grundlos in allem, selbst für das, was du vielleicht, wie gesagt, noch nicht bis jetzt akzeptieren konntest oder was du an dir vielleicht gern anders haben möchtest und sich aus vollem Herzen, aus Liebe zu Liebe in dir, dich zu lieben und dich würdig zu fühlen, dieser Liebe, dich mit allen Facetten, mit allem, was da ist, was nicht da ist, was erscheint oder noch nicht erscheint, vollkommen zu lieben und deshalb in dieser Frequenz zu bleiben. Denn wir sind Schwingungswesen, wir sind gigantische Schwingungsuniversen, ja, das bist auch du und es ist alles ein Frequenzspiel. Ja, und je höher wir schwingen und je kontinuierlicher wir, gerade inmitten von Herausforderungen, einfach da bleiben, in der Präsenz, in dem wir beobachten, was gerade ist und da sein lassen, was sich gerade zeigt. Denn dadurch kommt alles in die Drehung und so schenke dir deine volle Aufmerksamkeit, was dich aus der Tiefe deines Systems so lange ruft, denn das braucht's und nichts bleibt unbeantwortet. und wenn deine Wahl auch die allumfassende Freiheit es ist, wenn deine Wahl es ist, jetzt diesen Frieden, diesen unstörbaren Frieden in dir zu erfahren, inmitten der Dualität, inmitten dessen, was vielleicht gerade dampft, ja, und wenn deine Wahl die Fülle ist, dein Leben in Freiheit, erlöst, unabhängig, in Fülle zu leben, glücklich, frei, unbeschwert, dann wirst du konfrontiert mit dem, was vielleicht noch in dir ist und was nach deiner Liebe ruft. Und so zu mir, nochmal zu meiner Geschichte, es war immer schon so, dass ich mich inmitten großer Menschenansammlungen nie wohl gefühlt habe. Ich erlebte es so oft und weiß, wie ich mich da gefühlt habe. Wie viele von uns, die sehr früh bemerkt haben, dass sie irgendwie anders sind, nicht dazugehören zur Norm. So war das ja auch bei mir. Bereits in der Kindheit, dann später in der Schule, später im Studium. Irgendwie erfuhr ich mich immer anders. Natürlich litt ich drunter, doch ich war, wie du das mit Sicherheit auch kennst, eine brillante Meisterin der Anpassung, der Anpassungskunst. Ich konnte mich überall und in jede Menschengruppierung einfügen, ganz geschmeidig. Auch darin war ich geübt, oh Mann. Ich konnte überall mitreden, wenn ich das wollte. Das fiel mir nicht schwer. Und dennoch, da war immer subtil, dieses nagende Gefühl, nicht dazuzugehören, irgendwie nicht dazuzugehören, irgendwie nicht richtig zu sein, durch dieses Anderssein. Doch nach meiner Apothekenlehre beschloss ich, also ich erzähle es noch ein bisschen, nach meiner Apothekenlehre beschloss ich, mit 19 Jahren mein damaliges Zuhause in Thüringen zu verlassen, um nach Leipzig aufzubrechen. Und so entschlossen war ich damals und war gemutig und neugierig, das Neue zu entdecken und ja, endlich auszubüchsen aus der Enge dieser begrenzenden Welt, die mich bis dahin umgab. Und ich mag jetzt gar nicht so viel in die Geschichte gehen, möchte einfach nahe bringen, dass dies damals wohl der wichtigste und weichenstellendste Schritt war, der mich auf meinen Weg tiefer zu mir selbst geführt hat. Dieses mit 19 für meinen eigenen Weg zu entscheiden, mich abzunabeln sozusagen von meinem damaligen Zuhause. Und damit begann tatsächlich meine Reise. Da begann mein Mich-Entdecken, mein Mich-Tiefer und zu erfahren, zu erforschen, alles, was mich ausmacht. Und ich hatte so viele Gelegenheiten dazu, damals an Leipzig. Ich begann mehr und mehr die vielen bunten Facetten meines Weges, meines Wesens zu erfahren. Und auch in meinem Gesangsstudium fünf Jahre an der Musikhochschule in Leipzig. Ich, genau, das richtete mich auf und ich konnte viel besser damit umgehen und annehmen, dass ich eben bin, wie ich bin. Und mir fiel auf, dass immer, wenn ich weiterging, jene zurückblieben. Jene zurückblieben, die mich damals begleitet haben. Und immer wieder ging ich weiter und beobachtete, dass ich irgendwo schneller bin oder dass ich irgendwie immer wieder bereit war, wenn etwas durchlebt war, eben dann nicht hunderttausende Wiederholungen zu machen, sondern mein inneres Wesen drängte nach Entfaltung, drängte nach Ausdehnung, drängte nach Freiheit, nach immer mehr gelebter Freiheit. Und ich dachte damals, wow, frei. Und das war es auch. Und auch wenn krasse einschneidende, lebensverändernde Ereignisse, wie damals der Autounfall mit 21, mit so tiefen Folgen, dass ich damals diese Erde verlassen wollte. Und damals in der damaligen DDR war auch die Stasi da da und dann kam die Flucht aus der DDR und das alles hielt mein Leben natürlich sehr auf Trab. Und doch, ich erkannte in dieser Zeit und es stabilisierte mich immer mehr, dass, also ich, ich kam immer besser damit klar, mit diesem, dass ich eben ich bin, dass ich anders bin als die Masse, anders als die Norm und dass ich immer so meinen ganz ureigenen Weg gehe. Und irgendwie fühlte ich mich auch selbst in krassen Übergängen. Ich erfuhr immer wieder, wie getragen ich vom Leben bin. Ich ließ mich fallen in die Unsicherheit. Immer wieder schubste mich mein Leben sozusagen von der Kante, wenn ein neuer Lebensabschnitt begann, so in was ganz Neues, wo kein Festhalten mehr da war. Was wir ja so lieben, dass wir uns noch irgendwas an was festhalten können, was uns bekannt ist. Und immer wieder wurde ich vom Leben aufgefangen und getragen. Ja, und vor einigen Jahren, als ich mal wieder nach Leipzig kam, da kam ich auch aus dem Staunen nicht raus zu erfahren, dass ehemalige Mitstudenten immer noch im Opernchor singen, wie ich damals ein Jahr auch im Opernchor dabei war, nach dem Musikstudium. Und jetzt, also damals, das ist, glaube ich, sieben Jahre her, 25 Jahre später, sind da diese, die meisten meiner Mitstudenten immer noch in diesem Chor. Das heißt, sie haben immer das erfahren, immer in diesem Haus, immer dasselbe tun. Und da ist nichts Falsches dran, nur wenn ich da dran denke, was für ein Abenteuerritt mein Weg gewesen ist, ja, den ich eben gewählt habe. Und das begann ja damals, dass ich geflüchtet bin aus der damaligen DDR. Gut, ich wollte jetzt darauf gar nicht mehr so eingehen, sondern nochmal darauf eingehen, dass ich mit 29 Jahren in Verbindung mit einer krassen Gotteserfahrung habe ich die Wahl getroffen und ich sage es euch, das hatte so eine Intensität, das hat wirklich alle Himmelsschichten durchdrungen, glaube ich. Ich habe es gerufen, ich habe es im Wald hinaus getönt und zwar habe ich zu Gott gesprochen, ab jetzt diene ich nur noch dem Licht, voll und ganz. Ich will nur noch den Weg des Lichtes gehen. Das war damals nach einer Erfahrung, die mir ganz, ganz, ganz stark ans Leben ging. Also das war lebensbedrohliche Erfahrung. Genau. Und damals habe ich mich mit 29 Jahren entschieden für den Weg des Lichtes und ich habe das vorausgeschickt für das, was nun kommt, damit da so ein kleiner Vorspann da ist, wer mich hier noch nicht kennt. Und so drang es damals durch mich in den Äther. Ich war zuvor auch im Wald und rief da auch meinen SOS-Ruf zu Gott. Und all diese vielen Jahre durchdrang ich unermüdlich Schicht für Schicht, wie ich anfangs sagte, all dessen, was meinen wahren Kern verdeckte und was durch äußere Konditionierung und Unwahrheit sich über dieses ursprüngliche Wesen, das ganz tief drinnen drüber gelegt hatte, über das wahre Leben, über diesen lichten, unversehrten Kern, über die Göttlichkeit. Und ich kann es sagen, es war eine lange, lange, also nun 30-jährige Bewusstseins-Erforschungs- und Heilungsreise und im wahrsten Sinne des Wortes es ist kaum zu beschreiben, was in welcher Tiefe diese Selbsterforschung stattgefunden hat, mit dem Ergebnis, dass ich heute zutiefst verbunden bin, dass ich zu Hause bin, angekommen und da und die Suche beendet ist und ich einfach verankert bin in mir und jetzt kommt es, was ich anfangs meinte, wenn wir wieder da sind, wenn wir wieder erkennen, wer und was wir in unserer wahren Ursprungsnatur als göttliches Bewusstsein, als diese unsterbliche, grenzenlose, nicht von dieser Welt seiende, zeitlose, raumlose Seele, dieses unpersönliche Licht selbst, was wir im Kern sind, dass das jetzt in der Präsenz unserer zeitlose Wirklichkeit ist und je tiefer wir in diesem Daheim, diesem Zuhause in uns verankert sind im Herzen und das sich auch verkörpert, je mehr sich das auch verkörpert, dieses Sein, Bewusstsein, umso tiefer dringt das Licht in die äußersten Ecken, in die äußersten Ecken des Bewusstseins oder des Unbewussten vor und holt noch was hoch, was irgendwo noch nicht im Lichte ist und das ist bei mir geschehen. Ich trank immer, ich trank so tief vor in eine, also in eine wie soll ich so sagen, eine ungesehene Energie, die mich seit Jahren irgendwo begleitet, immer wieder hat es geweint in mir, mein Herz zutiefst, es war ein zutiefst verzweifelter Anteil, ganz zurückgezogen, ganz scheu, ganz verzagt, ja, ich würde sogar sagen lädiert und er hat sich mir so gezeigt vor kurzem, weil ich bereit war, weil ich wirklich bereit war und ich habe ihn ins Angesicht geschaut, ein bis zur Unkenntlichkeit gezeichneter Anteil, das ist aus der Geschichte irgendwo, wir haben in all diesen Inkarnationen, wo wir die Wahrheit gesprochen haben, ich meine, wie oft sind wir wie viele Tote sind wir gestorben und irgendwo aus dieser Zeit scheint dieser Anteil zu sein und jetzt ist eben die Liebe stark genug, die Stabilität in mir stark genug, um diesen Anteil auch zu tragen und zu lieben und da sein zu lassen und ihn zu nähren und mit ihm zu sein und je mehr Moment, ich wollte noch mal kurz in den Text weiter genau und dieser Anteil hat es sich eben so versteckt und deshalb warum ich das überhaupt erzähle ist, dass du dich nicht wunderst, wenn das auch bei dir, wenn du schon so lange in deiner Erforschung bist, in deiner Energie- und Bewusstseinsarbeit unterwegs bist, wirklich Meisterin darin bist, wundere dich nicht, wenn jetzt noch mal was aufschwappt und vielleicht kommt wieder was und wieder was und wenn wir mit unseren Aufräumen und Saubermachen da zu Ende sind oder durch sind, ob das jemals geschieht, weiß ich nicht, dann tun wir sicherlich dann auch fürs in immer größeren Wirken, wenn unsere Sonne immer mehr strahlt, auch fürs Kollektiv, also nicht wundern und wichtig ist, in dieser da sein lassenden Liebe mit dem zu sein, ob es weint, ob es schreit, ob es ja, wie auch immer sich diese Emotion, diese Welle zeigen mag bei dir, aber das wichtigste ist, dass wir aus dem Subtilen es weg haben wollen, aus dem Subtilen es irgendwie transformieren und manipulieren zu wollen, in welcher Art auch immer, dass wir gleich wieder Lichtgedanken drüber legen, da war ich auch Meisterin drin, sondern dass wir wirklich damit sind und bei mir war es auch so, dass ich bin ja, weißt du wo, ein Wesen, in dem Extrovertiertheit und Introvertiertheit zusammenweben, also ich bin ein Mensch, der nie sich in Gruppen wohlgefühlt hat, ich bin, ich arbeite zutiefst gern mit Menschen von eins zu eins oder eben auch in kleinen Gruppen, ja, aber ich war noch nie so ein Mensch, der mit vielen Menschen sich im Raum oder so wohlgefühlt hat und das einfach mal zu akzeptieren, dass das ein Teil des Wesens ist, dass ich auch sehr gern mit mir alleine bin, dass ich wie mit mir bin und diese Stille genieße mit der Natur, mit dem Leben, in Verbindung aus diesem Gewahrsein des Einsseins heraus, ich muss da nicht immer mit Menschen sein und bin doch mit euch, bin doch mit ihnen und wisst ihr, worauf ich hinaus will, dass wir, wenn sich etwas zeigt, dass es sich integrieren darf in einer Weise, dass es dich noch runder werden lässt, dass es dich noch mehr ankommen lässt und das, wenn wir sehr, sehr hoch schwingen, ja, sehr, sehr im Licht, im Bewusstsein verankert sind inzwischen, dass wir immer mehr uns, ja, erden, einfach mehr verkörpern und voll da sind, voll präsent und die Präsenz in uns ist die stille Anwesenheit in allem, Gott in uns, Gott in allem ist das das Allerheiligste, diese Anwesenheit, das Leben selber, es ist das, was wir wahrnehmen als Beobachter, als das wahrnehmende Bewusstsein, die Anwesenheit, die durch diese Augen durchschaut, durch diese Ohren hört, durch diese Nase riecht, durch den Mund schmeckt und spricht, das ist keine gespaltene, kleine Ich, Identität oder Entität, das hat nämlich, es hat es in Wahrheit nie gegeben, das Ego ist eingebildet, das ist ein Konstrukt, in Wahrheit ist das immer Es, also wenn wir sagen Ich bin oder ich habe, ist es in Wahrheit sagst du jedes Mal, dass eine Gott diese alleinige Einheit, diese eine Gegenwart ist, diese eine Gegenwart in mir hat und dieses Gewahrsein, dass diese Anwesenheit in uns dieser Allgeist ist, mit dem wir denken, fühlen, sprechen, handeln, agieren, Es ist die Allliebe, es ist das eine Sein ohne zwei Wenn du so willst, das ist die höchste Liebesfrequenz im Universum, ist die unendliche Liebe, die alles durchdringt und die ungetrennt ist und das ist in Wahrheit unser aller Sein und jetzt wird auch klar, warum sich alles wandeln kann, alles transformieren kann, wenn wir alles da sein lassen in unserer beobachtenden, absolut neutralen, bewertungsfreien Liebe, in voller Hingabe an das, was ist, in voller Hingabe an das, was jetzt sich zeigt, was aufkommt, was da ist, ganz gleich wie unangenehm sich das anfühlen mag, immer in der Anwesenheit des B.O., also dieses wahrnehmende Präsenz, diese da sein lassende Liebe, sein, einfach damit sein und das wollte heute einfach jetzt nochmal in diesem Podcast heute zu euch fließen denn es ist wirklich so, wenn wir uns 100% unsere Wahrheit verschrieben haben, in völliger Hingabe an unseren Daseins Auftrag, an die innere Wahrheit, wie auch immer sich das in einem offenbart, dann geht es, dann geht es, es muss nicht so sein, aber es geht immer einher mit der Ausdehnung in eine größere Sichtbarkeit, um nochmal darauf einzugehen, wo ich begonnen habe hier und jetzt kommt es eben und wenn dann wie bei mir sich so ein scheuer bis zur Unkenntlichkeit lädierter, zurückgezogener, schüchterner Anteil meldet, ja, dann wird so ein größeres Verstehen Kehrt ein in diesem Fühlen mit diesem Fühlen mit diesem Dasein lassen, ja, dass da natürlich dieses Unbewusst natürlich auch hinderlich wirkte auf so eine breitere Sichtbarkeit oder auf eine Ausdehnung, was auch immer das vielleicht bei mir jetzt gewesen sein könnte, wo ich gesagt habe, Mensch, das könnte ich doch machen und es hat da nicht stattgefunden. Heute kann ich das besser verstehen und damit sein und dann mit dem gehen, was vorher noch im Unbewussten lag. Also wir können, wenn wir uns öffnen für alles, was gerade ist bei unserem Leben, wir können nur gewinnen, wir können nur dazu gewinnen, weil unter dem, was ich als Angst oder als Nervosität oder als Panik oder als bleiben wir einfach mal bei Angst, was eine sehr starke Kraft ist, darunter, es ist immer das Sein, was sich durch alles erfährt, es ist immer die Liebe und wenn ich etwas da sein lasse und damit bin, solange es sein will, bis es sich von selber löst, ohne dass ich das weghaben will, dann kommt immer wieder eins zum Vorschein, immer nur das eine, dieser vollkommene Frieden, der du in Wahrheit bist, diese Liebe, Gott, das Leben, das, was wir in Wahrheit sind, unveränderlich, unstörbar, immer der Grund, immer das, was dahinter und da drunter liegt, unter allem, was an der Oberfläche erscheint. und jetzt, ich bin, weil ich es selber, ich berichte gerne auch mal aus meinen Prozessen, dass man auch sieht, ich bin durch all das, worüber ich spreche, immer selbst durchgegangen, ich habe es alles selber erforscht, ich könnte nie über etwas sprechen, wo ich nicht selber durch bin, gilt ja auch gar nicht. dann bliebe es ja ein mentales Konstrukt oder eine mentale Idee, wenn ich etwas irgendwo gelesen habe und es dann weitergebe. Nein, ich habe es alles, alles, alles selber erlebt, in all meinen Videos, in all meinen Podcasts. Ja, und so geschieht innere Weitung und so wird es dann wieder friedlich und ruhig. Ganz, ganz, ganz gleich, was da ist, ganz gleich, manchmal wie bah, ja, also ich hatte auch das Gefühl, es fühlt sich an wie eine Kretze, aber als ich dieses alles mal weggenommen habe und nur im Gefühl war, da war einfach nur noch unglaubliche tiefe Verbindung da, Verschmelzung, Verschmelzung mit dem, was da ist und mit dem, was sich gerade zeigt im Körper oder auch in meinem Umfeld. Und deshalb begegnet dir mit all deiner Zärtlichkeit, mit all deiner Versorglichkeit, mit all deiner Hinwendung und Behutsamkeit, was auch immer deine Themen sein mögen oder dein Thema sein mag, denn es ist immer nur die Liebe, die heilt. Und wenn wir von Liebe sprechen, könnte ich genauso sagen, es ist immer die Selbstliebe, die heilt, weil ich kann andere erst heiler für andere sein, wenn ich selbst meine, meine, meine Themen geheilt habe und wenn meine Wahrnehmung geheilt ist und wenn ich über die Trennung hinausgewachsen bin und erkenne, dass Trennung nie existiert hat und dadurch, dass ich mit dem, was sich zeigt, mit dem, was jetzt ist, verschmelze, löst sich die Trennung auf und ich erfahre immer mehr die Fülle des Lebens. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein längstes Podcast, mein längster Podcast und ja, diese Zeit, die steht einfach voll und ganz im Lichte vollkommener Erlösung und im Lichte der Befreiung und das durchdringt eben gerade alle Ebenen und deshalb sind wir auch teilweise oder wir sind einfach gefordert, wir sind gefordert und ganz gleich, wo du dich erfährst, vielleicht erfährst du dich auch schon so erfolgreich in deinem Wirken, dass du ja, dass ich, dass ich, dass das für dich jetzt hier gar nicht mehr so relevant ist, aber solltest du das hören, dann geschieht das ja auch nicht umsonst, denn es kann wirklich sein, wie es bei mir war, dass es einen nicht schlecht überrascht, dass da nach so langer innerer Transformationsarbeit und ja, es ist ja immer ein Wiederholen, ein Wiederholen, ein immer wieder hinwenden, ein ja, wenn du, wenn wir in unserer Göttlichkeit zu Hause sind und wir erfahren uns ja nun mal in der Dualität mit all der Ablenkung und es ist wirklich, es bedarf immer wieder so dieser Hinwendung, immer wieder dieses in mich hinein zentrieren, also auch wenn ich in Verbindung mit anderen Menschen bin, immer wieder mich in meiner Anwesenheit im Körper spüren, meine Präsenz spüren, einfach nur meine Anwesenheit und dann bin ich da, dann bin ich als dieser Beobachter, als dieser wahrnehmende, achtsam, präsent, bewusst da und dann bin ich gefeit, ja egal, was mal überraschend kommen könnte meistens von außen, ja und in dem Sinne euch allen eine wunderbare Zeit, es ist heute Sonntag, euch einen schönen Sonntag, weil du es noch hören möchtest und danke fürs Lauschen, es war ein langer Podcast und schön, dass du da bist, schön, dass wir hier gemeinsam für diese neue Erde wirken und mein nächster Podcast wird auch lauten, da geht es um das Nicht-Tun und alles erreichen, aber das ist, wie gesagt, ein neuer Podcast und für heute erstmal schön, dass es dich gibt, bis dann, Christina Maria dann und dann